Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Ihr seid alle sehr gut in den Tag gestartet. Ja, Bitcoin hat unser Preisziel nach dem Livestream gestern noch getroffen. Wir haben es ja gestern schon im Video angesprochen. Der 200er SMA und der 200er IMA ist auf dem 1-Stunden-Chart. Das erste Preisziel wurde wieder perfekt gehittet. Außerdem schauen wir uns XRP an. XRP geht komplett durch die Decke. Also da schauen wir uns auf jeden Fall mal drauf, ob ein möglicher Short-End-Way jetzt mittlerweile möglich ist. Was hat sich da getan? Vor allem, wie hoch kann es noch gehen? Das alles besprechen wir auf jeden Fall heute im Video. Ansonsten, bevor wir starten, lasst dem Video auf jeden Fall ein Like da, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und wenn ihr Bock habt, drückt auf die Glocke. Und wenn ihr keine Trades mehr verpassen wollt, kommt gerne in die Telegram-Gruppe. So, und jetzt würde ich sagen, starten wir direkt durch. Momentan traden wir bei ungefähr 19.300 US-Dollar. Weiterhin ist unser Golden Pocket hier gefragt bei ungefähr 19.300 bis knapp 19.400 US-Dollar. Wir konsolidieren hier in diesem Bereich, haben aber überhaupt kein Handelsvolumen. Also man sieht es hier unten, das Volumen ist deutlich, deutlich abnehmend. Wir sind jetzt, wie gesagt, auf ein 200er, SMA 200er, EMA erst einmal rejected worden, mehrmals. Immer diese Wigs, die sofort abverkauft wurden. Volumen, Mangelware, RSI schon relativ hoch. Trotzdem besteht immer noch die Möglichkeit, dass wir uns diesen Bereich hier oben um die 20.050 US-Dollar holen. Und das ist auch der Grund, warum ich noch warte mit einer kleinen Short-Position. Wir gehen mal ganz kurz in den 15-Minuten-Chart, um hier ein bisschen reinzugucken. Schauen wir jetzt mal. Wir haben auf jeden Fall schon eine Bearish Divergence vorliegen. Wir haben hier noch einen kleinen Wig, den wir uns holen könnten. Hier war minimal Volumen mehr drin, als jetzt die letzten 15-Minuten-Candles. Also den Wig könnte man sich noch holen. Vielleicht nochmal so ein Wig bis auf das 0786er Fibonacci Retracement Level. Und dann kann ich mir wirklich eine Short-Position vorstellen. Denn momentan im Golden Pocket, die jetzt noch zu shorten ist, ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu riskant. Dafür ist die Woche jetzt ehrlich gesagt auch zu gut gelaufen, um jetzt hier irgendwie wieder was zu riskieren. Wir schauen uns mal ganz kurz den Abtrend an, nehmen aber nur die Kerzenkörper, weil wir hier auf dem 15-Minuten-Chart sind. Da befinden wir uns auch noch in dem Abtrend. Das müssen wir natürlich auch noch dazu bedenken. Also solange der Abtrend nicht gebrochen ist, kann man sich hier auf jeden Fall nochmal darauf vorbereiten, dass wir hier möglicherweise nochmal ins 0786er gehen und dann mit Bruch möglicherweise dann hier diese Gegenbewegung nach unten hin sehen. Weiterhin bin ich hier Short-Gerichtet. Also es gibt keine Anzeichen, wo ich jetzt sagen würde, wir gehen jetzt hier in eine Long-Position rein. Dafür liegt hier unten noch so viel Liquidität, wie wir uns holen können. Wir haben die letzten Tage immer wieder darüber gesprochen. Auf dem 4-Stunden-Chart, beziehungsweise generell, haben wir hier unten einfach noch diese Liquidität liegen, wo die Institutionen, da es am Wochenende gebildet wurde, noch nicht reingekommen sind. Deswegen ist für mich weiterhin hier Short-Gerichtet. Auf dem 4-Stunden-Chart sieht man auch schön den Abtrend, den wir immer weiter testen, aber das Volumen deutlich abnehmend ist und wir wollen natürlich in einem Abtrend kein schwaches Volumen sehen. Wir wollen in einem Abtrend sehen steigendes Volumen, dass immer mehr Kaufkraft im Endeffekt hier reinkommt, immer mehr Volumen hier reinkommt, damit der Trend intakt bleibt und danach sieht es momentan nicht aus. Also für mich weiterhin Short-Gerichtet. Eventuell versuche ich jetzt so die nächsten 1-2 Stunden nochmal in eine Short-Position reinzuknallen, aber sollten wir, sage ich mal, das letzte Hoch jetzt nicht mehr erreichen, lasse ich es auch einfach so stehen, dann gehe ich jetzt einfach nicht mehr hier in eine Short-Position rein, auch wenn wir runterknallen, dann ist es einfach so. Man sollte jetzt auch nicht zu gierig sein nach der Woche, es hat wirklich sehr, sehr viel gepasst diese Woche. Ich sage mal zu 100 Prozent ist, glaube ich, fast alles eingetreten, was wir gesagt haben. Aber das sind dann auch solche Momente, wo man vielleicht mal ein bisschen innehalten sollte und nicht unbedingt jetzt hier auf gut will, einfach shorten sollte. Auch wenn der Markt es hergibt, einfach lieber mal ein bisschen durchschnaufen, das sacken lassen, was die Woche passiert ist, die Profite vor allem genießen, nicht immer jetzt denken, oh ja, noch mehr Profite, noch mehr Profite. Lieber sacken lassen und jetzt nicht hier in Übermut verfallen und einfach blind reinschorten, nur weil der Markt jetzt einfach noch ein bisschen shortgerecht ist. Würde ich einfach nicht empfehlen. Wie gesagt, der WIG hier oben ist auf jeden Fall noch drin, der Stop-Loss muss dann auch hier drüber liegen. Also mindestens bei 20.200. Besser wäre sogar, hätte ich jetzt sogar mal gesagt, der Bereich um 20.400 Weston. Und dann muss man natürlich auch überlegen, ist das Risk es mir wert, hier reinzuschorten, wir hätten dann ungefähr einen Risk, wenn wir jetzt hier in Richtung 20.400 US-Dollar gehen, wo auch zeitgleich der 4-Stunden-200er SMA liegt, von 4%. Muss man sich da natürlich ordentlich überlegen, wenn dann sowieso nur 3-5er Hebel. Aber ansonsten, momentan keine Short-Position bei Bitcoin, kann ich einfach nicht empfehlen. Klar sinkendes Volumen, abtrennt deutlich schwächer, also die Divergenz ist da. Aber trotzdem müssen wir hier uns auf alles gefasst machen und deswegen erst einmal ein bisschen Seitenlinie. Stop-Loss auf jeden Fall hier drüber über den 200er SMA auf dem 4-Stunden-Chart. 4-Stunden-E-Mail-Ribbons. Wenn wir sprechen und kriegen hier einen Retest sogar noch, würde ich sogar die Short-Position dann komplett sausen lassen. Also müssen wir wirklich mal gucken, wie sich das verhält. Und immer Leute, 15-Minuten-Chart mal aufmachen. Klingt zwar behämmert, aber ihr wisst, im 15-Minuten-Chart seht ihr, wo die Liquidität liegt. Wenn wir jetzt natürlich hier eine Bombenkerze nach oben hingehen, Finger weg vom Shorten. Kommen wir gleich bei XRP auf jeden Fall nochmal dazu, da erkläre ich das nochmal genauer. Finger weg vom Shorten und dann lieber ein bisschen sacken lassen und gucken, wie pendelt sich der Kurs ein. Kriegen wir immer höhere Hochs mit schwächerem Volumen, dann ist eine mögliche Short-Position möglich. Aber momentan, erst einmal Finger weg, lieber ein bisschen sacken lassen die Woche und gut ist. So, dann schauen wir uns Ethereum an. Ethereum steht weiterhin der Plan, dass wir hier nochmal die Liquidität hier oben holen. Also momentan verhalten wir uns genau danach. Also wir gehen so langsam diesen Trend nach oben, aber auch hier gar kein Handelsvolumen auf dem 15-Minuten-Chart. Bearish Divergence auf den kleineren Timeframes. Schauen wir uns ganz kurz die 4-Stunden-Zeiteinheit nochmal dazu an. Wie gesagt, Ineffizienz hier oben wurde geschlossen, den Bereich zu holen. Wäre noch Bombe, ist im Endeffekt das gleiche Setup wie bei Bitcoin. Auch hier der Abtrend intakt mit deutlich sinkenden Handelsvolumen. Also auch hier, wir staffeln uns nach unten, steigen aber immer weiter. Das ist kein gutes Zeichen. Aber wie gesagt, das kann jederzeit, so wie bei der Fettsitzung am Mittwoch, so ein kleiner Wig nach oben kommen. Und dann werden im Endeffekt die ganzen Shorts rausgeballert und dann ziehen wir nach unten. Also das würde ich euch momentan nicht empfehlen. Der Plan bleibt auf jeden Fall weiter nach unten orientiert. Aber auch hier noch keine aktuelle Short-Position offen. So, dann zu meinem Liebling XRP, nachdem sich monatelang wir uns nur in dieser Range hier unten befunden haben, wo ich immer wieder gesagt habe, das ist so die Nachkauf-Range. Hier dieser Bereich, also Bombe, wer hier eventuell nachgekauft hat. Im Endeffekt 1 zu 1 perfekt gelaufen. Also muss man ganz ehrlich dazu sagen, wir schauen mal ganz kurz auf den Daily-Chart. Wir haben gestern darüber gesprochen, Daily-Close darüber mit sogar einem Daily-Close über unserem Hoch ist absolut Bullish. Und das haben wir auch erreicht und jetzt auch die nächste Candle absolut Bullish. Was man nur jetzt dazu sagen muss. Wir haben gestern im Livestream öfters oder ausführlicher darüber gesprochen. Wir haben jetzt jegliche Ineffizienz aus diesem Markt geholt. Das heißt, hier war noch eine Ineffizienz, die haben wir uns auch auf den Dollar genau geholt. Wir haben immer wieder an diesen Ineffizienzen gestoppt, hatten aber krasses Kaufvolumen. Dafür mal ganz kurz der Blick in den 15-Minuten-Chart, damit ihr wisst, was ich meine. Und zwar hier seht ihr das. Krasses Kaufvolumen, hier shortet man nicht rein. Man shortet nicht in solche Volumen-Candles rein, weil über dieser Volumen-Candle einfach noch mehr Volumen liegt. Und das heißt, die Market Maker holen sich das. Dann sehen wir hier diese Konsolidierung. Höheres Hoch und krasses Kaufvolumen und weiterhin höhere Hochs mit hohem Kaufvolumen. Auch hier, also hier dieser Wig, dieser rote, krasses Verkaufsvolumen. Das heißt, darüber liegen noch mehr Shorts. Also hier momentan ergibt sich für mich noch kein Short-Entry. Aber ich werde das auf jeden Fall ganz, ganz genau beobachten. Weil sollte hier das Volumen immer weiter abnehmen und wir kriegen hier ein höheres Hoch rein, konsolidieren dann und das Volumen nimmt weiterhin ab, dann kann ich mir ein Short-Entry vorstellen und dann wäre auch der erste Stop-Loss hier in diesem Bereich bei ungefähr 0,50. Das heißt, es wäre ein 10% Trade. Auch hier maximal 3-5er Hebel, also hier nicht reingämmeln mit einem 10x-Hebel. Leute, lasst es. In solche Kerzen oder in so einen Abtrend reinzuschorten, da mit hohem Hebel, kann absolut schief gehen. Deswegen 3er- bis 5er Hebel hier Maximum und dann auch wirklich gucken im 15-Minuten-Chart, wo ist das Volumen. Wir haben die Ineffizienzen komplett rausgenommen. Das ist ein gutes Zeichen. Das war auch der Grund, warum wir hier so durchgeballert sind, weil wir hier keine Widerstände wirklich hatten. Aber jetzt wird es halt langsam wirklich interessant, hier in diesen Short-Bereich zu kommen, Ineffizienz gefüllt. Und jetzt müssen wir gucken, Stop-Loss muss man auch ganz ehrlich sein, muss man dann auch hier in diesem Bereich der 0,61 liegen. Das heißt, nochmal 10% eigentlich jetzt hier über diesen Entry, was wir hier haben, muss auch der Stop-Loss liegen. Also das Risk ist trotzdem relativ hoch, aber wer ein bisschen weniger Risk will, sollte über den R4 liegen, dann sind wir so bei 7%. Aber es ist immer noch heftig, deswegen hier vielleicht 2-Step-Entry reinsetzen. Das heißt, an der Ineffizienz oder bei diesem letzten Hochminimal davor einen Short platzieren und dann nochmal kurz hier in der Mitte zwischen R4 und dieser Ineffizienz. Und dann gucken. Aber auch hier gilt, shortet nicht, wenn wir jetzt nur 15-Minuten-Candle mit wieder heftigem Volumen kriegen, shortet die nicht. Dann lasst es lieber die Finger davon. Das ist wirklich jetzt nur ein Setup dafür gedacht, sollte das Volumen deutlich zurückgehen und wir keine heftigen Peaks mehr gehen. Aber wir haben die letzten Tage einen enormen Bullrun hier gesehen. Also jetzt mal nur von der Range aus sind wir 45% gepumpt und das nur von der Range aus. Kann mir aber vorstellen, dass wir auf jeden Fall nochmal diesen Bereich um 0,43, 44 sehen könnten. Auch hier Ineffizienzen gebildet. Die werden wir wahrscheinlich früher oder später einfach nochmal holen. Und dann müssen wir einfach gucken, dass ich hier wahrscheinlich nochmal nachkaufen werde. Also das ist nochmal so ein Bereich, wo ich überlegen würde, hier diese gelbe Zone einfach nochmal nachzukaufen. Dann hätten wir, wie gesagt, auch ein höheres Tief gebildet und dann vielleicht einen Abtrend einfach weiterführen. Je nachdem, wie wir dann auch die SEC, aber ich vermute, das sind alle schon Anzeichen, dass die SEC-Entscheidung dann positiv ist. Aber gut, müssen wir abwarten. Short momentan einfach zu risky. Achtet auf den 15-Minuten-Chart. Und dann schauen wir weiter. Gut, dann würde ich sagen, das war es zu den Analysen. Noch ganz kurz zu den News und kleiner Reminder. Später kommt noch Ravencoin und Atom-Analyse. Die hat gestern im Livestream, glaube ich, nicht jeder gesehen. Tut mir nochmal leid dafür. Aber die kommt später noch auf CryptoGuru. Poste ich euch später noch in die Telegram-Gruppe. Link unten in der Videobeschreibung. Ansonsten, CQX-V20-Hardware-Wallet im Test. Habe ich euch, glaube ich, auch schon mal vorgestellt oder euch schon mal darauf angesprochen. Auch eine sehr, sehr gute Hardware-Wallet nach Bitbox und Ledger. Also gerne mal den Artikel durchlesen, wenn ihr da Interesse habt. Also es ist wirklich gut aufbereitet und wirklich ausführlich erklärt, wie das alles funktioniert. Ich bin da sogar ein bisschen Fan von, einfach aufgrund des riesen Bildschirms, weil man es einfach geiler sieht und so. Aber gut, es muss jeder selber wissen. Lest euch den Artikel gerne durch. Ansonsten würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen Start ins Wochenende. Wir hören uns wahrscheinlich erst am Sonntag wieder. Ich weiß noch nicht, ob ich morgen ein Update-Video mache. Ich habe ja gesagt, drei bis vier Videos die Woche. Da sind wir schon deutlich drüber. Aber schaue ich dann morgen früh spontan. Bis dahin würde ich sagen, passt auf euch auf. Nicht blind reinschorten. Lieber ein bisschen warten. Genießt die Woche noch. Wir hören uns. Ciao, ciao. Stay Crypto.